Ja, also meine Motivation heute herzukommen ist einmal, dass ich den WDC 14 Jahren unterstütze und mir die Umwelt schon am Herzen liegt und es einem einfach auch immer ein gutes Gefühl gibt, etwas uneigennütziges zu machen. Es war heute super cool, weil man mit vielen netten, coolen Leuten zusammenkommt, weil man eben auch mal sieht, wie viel hier einfach rumliegt.